Oh Gott! Hilfe! Mönchen! Ich werde beinahe in die Brühe reingelaufen, na super. Oh Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Mal sehen, was da drunter ist. Okay, mach das! Dann schlaf gut, Kati! Jetzt muss ich an den noch vorbei! Ah! Nein! Ich brauch dich! Alter, bist du hässlich! Du Vieh! Alter, was zum... Und jetzt einfach... Oh! Geht nicht! Ach, der kann sich nur festhalten und dann zusammenziehen. Das ist gut. Das ist so ein richtig cooles... Ding! Oh Gott! Ups! Einziehen! ... 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 Und ... ... ... Oh Gott, na gut, übernehme ich dich. Auch schön. Alter, bin ich hässlich. Wuhuuu. 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 Ich komm da nicht ran, was? Wuhuuu. 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 Ah, hier komm ich auf jeden Fall mit dem besser durch. Aber... Hier fehlt noch. Scheiße. Da ist noch. Da ist noch was. Ah. Wieso, das andere habe ich auch schon gesehen. �� toil Sell Is Cred гарatti! Mannals? Nein, naaa. Mannals. Nein, naa. Waa más um zu kurz. Oh Gott. Ja, Mundstücke im Summen. Das ist ja auch geil, die Fuzzis gehen entlang der Münzboxen. Oh, geil! Achtung, Fuzzis in der Wand! Fuzzis! Aus, Fuzzis! Ich will auch... Ach komm, die Münzen so... Egal! Oh Gott, ich kann hier ja sterben, weil ich nicht aufpasse. So, jetzt fehlen mir nur noch zwei. Wie komm ich denn da ran? Stimmt mit nem Flugdingens. Lass mich mal! Nein! Oh Gott! Wo komm ich jetzt wieder raus? Watschel, watschel, watschel! Watschel, watschel, watschel! Unter der Brücke hervorge... Was? Watschel, 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 watschel... Das ist wieder so ein komischer Felsen! Bis zum nächsten Mal. Da hinten ist nur eins. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah, ich weiß wie. Ich guck mal, ob ich da richtig hinkomme. Die Schnellreise geht eigentlich hier... Ja, aber so muss... Da wollte ich hin. Das ist gut. Wegeflug über Island Toxico! Ach, ich hab genug. Ach, ich hab mich schon. Opsa. Oh Gott Ernsthaft Alter, ich fall die ganze Zeit in diese Brühe Ich hab Ich hab Auf einem Baum im Sumpf Ich hab mich Ich hab mich Ich hab mich Ich hab mich Na, hier gibt's ja auch noch einer Aussicht auf Island Toxico Fliegeroutfit kaufen Ne, aber umziehen möchte ich So, dann runter von hier Ach komm, fliegen wir jetzt per Oh Gott Rein damit Ich hab sogar ein paar mehr Ich hab mich Ich hab mich Ich hab mich Na, hier Ich hab mich Ich hab mich sey Zaaah Zum Glück haben wir gerade genug Monde sammeln können, um die Odyssee reparieren zu können. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir einfach... Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten in Cityland. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass sie mithilfe von Mondenergie geembaut wurden. Cool. Die Geisel auf dem Hochhaus. Bitte was? Was ist das da? Alles klar, wir haben es hergeschafft. Hm, sieht aber nicht gut aus hier. Schau mal. Bowsers Schiff. Auf geht's. Boah. 20? So. Amin.